Du musst jetzt quasi dann die Kette lösen. Es steigen Blasen auf, Freunde. Es ist mal wieder soweit. Man kann mal wieder am Boot sagen, moin Leute. Jana hat vorne gepennt mit dem Hundi. Wir sind nicht abgetrieben. Das ist alles sehr schön. Es ist hell draußen, Ankerlicht kann aus. Jetzt muss ich erstmal wach werden. Jetzt gibt es erstmal einen Kaffee. Und dann starten wir in den Tag rein. Ich denke, wir werden das gleich auf dem Weg zum Hafen machen. Auf ganz entspannt. Dann noch so ein paar Erledigungen machen, eine Kochplatte abholen und so weiter und so fort. Freunde, ich mache jetzt erstmal einen Kaffee. So, Freunde. Jascha ist wieder nervös. Wir glühen gerade das erste Mal auf offener See vor. und müssen jetzt hier wieder weg. Das ist natürlich ein bisschen ein nervöser Moment. Aber warum wissen wir auch nicht genau. Aber warum? Eigentlich müssen wir uns gar keine Gedanken machen. Weil der Motor läuft wie ein Uhrwerk. Der Anlasser läuft auch nicht mehr mit. Dementsprechend kann man einfach... Das ist richtig geil. So, da geht's los. Wie, dann werden wir mal aufankern, wa? Ja. Du musst jetzt quasi dann die Kette lösen. Ja, komm. Wir haben einen geilen Sonnenaufgang. Beziehungsweise die Sonne ist jetzt schon oben. So, wie ihr da unten schön sehen könnt. Jascha zieht die Kette hoch. Ich mache jetzt mal einen Rückwärtsgang einfach langsam rein. Jetzt kommt aber... Jetzt kommt aber Gegendrück hier. Und Blasen. Es steigen Blasen auf, Freunde. Hier kann ich ja vorwärts gleich ausfallen, wenn du sagst, wir sind oben. Es dauert wohl noch einen Moment. Naja, ich lasse dich mal ziehen. Ich will eine automatische Anker-Winge. Los geht's! Ach, Freunde, das war doch richtig geil. Die erste Nacht auf dem See, erfolgreich. Und keiner von uns hat ernsthaft gefroren. Das ist wirklich gut. So, Freunde, kurze Storytime. Ihr habt ja gerade mitbekommen auf dieser Aufnahme, dass wir den liegen geblieben sind. Lag daran, dass unser... Wir haben ja einen improvisierten Tank, weil unsere richtigen großen Tanks irgendwann nächstes Jahr erstmal noch fett gereinigt werden müssen. Dazu müssen wir die erstmal ausbauen und das dauert ewig. Deswegen füllen wir immer so einen 20-Liter-Tank nach. Und dieser 20-Liter-Tank war anscheinend gar nicht so voll, wie wir dachten. Dadurch ist der Motor trocken gelaufen, was natürlich sehr doof ist. Dadurch, dass wir diesen Motor aber mittlerweile gefühlt studiert haben, sind wir da relativ ruhig rangegangen. Haben erstmal Sprit nachgefüllt. Erstmal neu entlüftet. Hier mitten auf dem See ist zum Glück relativ windstill. Und dann wollte er immer noch nicht zünden. Dann dachte wir uns so, scheiße, jetzt müssen wir gleich unseren Hafenmeister anrufen, dass der uns hier rausschleppt. Aber schleppen wollen wir nicht mehr. Und weil wir schleppen nicht mehr wollen, haben wir dann Starthilfe-Spritzer-Hilfe genommen. Haben denen ein bisschen Starthilfe gegeben. Jetzt pumpt er wieder Diesel. Und wie ihr seht, wir fahren wieder. In diesem Sinne, viel Spaß. Wir sehen uns später wieder. So Freunde, und es geht schon wieder los. Ey, wir fahren jetzt gerade den zweiten Tag in Folge raus. Jetzt zu einem anderen See. Letzte Nacht haben wir da vorne gepennt. Der Tank ist voll. Ja, er ist zu 80% gefüllt. Also so voll, wie wir ihn machen können. Und daran werden wir jetzt auch ausrechnen, wie viel wir jetzt wirklich auf so einer Strecke verbrauchen. Da vorne fährt gleich noch eine kleine Touri-Schifffahrt. Fährt da vorne noch. Oder sowas. Und wir machen uns jetzt bei bestem Wetter echt auf dem Weg zum See. Und werfen da vielleicht auch mal die Angel raus. Mal gucken. Wir werden die Angel rauswerfen. Ja. Außer es passiert irgendwas, was unvorhergesehen ist. Ach, so ist das Licht doch gut. Da ist die Sonne, Freunde. Es sieht unglaublich gut aus. Es macht unglaublich viel Spaß. Der Bootsond ist wieder da. Und jetzt volle Kraft voraus. Das ist das Licht doch gut. so langsam geht die sonne unter deswegen ist zeit für nav lights geht natürlich alles wieder hier schön die lampen sind an ja man sieht noch genügend aber besser rechtzeitig als zu spät immer mal einen kontrollgang machen das auch wirklich alles funktioniert und dann ist top ihr seht es langer dunkel ist deutlich dunkler auf der kamera als in echt aber es ist halt ein super geiler ausblick wir haben unsere nachtleits an es ist übrigens superklare sicht deswegen dürfen wir auch noch fahren wäre jetzt nebel dürfen wir nicht mehr fahren da hatten wir letztes mal ein kommentar irgendwo drunter das im dunkeln fahren verboten ist da können wir jetzt gleich mal unsere aufklärungsarbeit leisten ist es nicht das ist verboten im dunkeln zu fahren wenn schlechte sicht ist quasi allgemein bei unsichtigen wetter darf man nur mit radar fahren haben wir aber nicht wir haben unsere lights to the right unsere lights anete left und right und natürlich oben und hinten auch hier schön am mast dran musste gerade mal schnell hier eine wago klemme tauschen weil da uns eine sicherung gerade raus geflogen ist natürlich mitten beim fahren aber guckt euch das mal an also das ist doch mal leben würde ich sagen richtig richtig schön wir sitzen hier jetzt schön und haben geankert auf dem wunderschönen lenitzsee und jetzt es ist gerade samstag der fünfte elfte wenn wir uns auf dem boot erst mal die neue folge seven in the wild und dazu einen fetten blüwi ja und jetzt bauen wir mal hier dieses dieses gerät ein das ist ein wechselrichter und die findigen zuschauer von uns werden sich jetzt denken die haben doch schon wechselrichter richtig aber keinen der so stark ist dass man ein induktions kochfeld betreiben kann wenn findige abonnenten unseres kanals by the way wenn ihr es noch nicht seid abonniert gern den kanal werden sich denken so wir hatten doch einen kocher naja aber der war halt nicht marine tauglich stand drauf dass der marine tauglich ist auf dem karton aber auf dem gerät selber stand es dann nicht also in der beschreibung vom gerät stand das auf dem gerät stand das nicht okay naja auf jeden fall waren wir uns nicht mehr sicher ob man das ding benutzen darf und naja wir haben keinen bock in die luft zu fliegen und deswegen haben wir uns jetzt entschieden wir gehen auf elektro weil elektro einfach viel geiler ist und jetzt kommt dieser kollege hier an die batterie unten ran wir haben fetters großes verlängerungskabel das kommt dann hier rein dann kann man wenn man kochen wir den unten im zweifelsfall an und ausmachen hier ist ein knöpfchen und dann kommt diese schöne induktionsplatte daran und dann kann man hier schön auf zwei platten kochen ohne gasprüfung ohne gefahr ohne muss marine tauglich sein da unten einen neuen wechselrichter drin haben ein kabel hochgezogen verlängungskabel und hier eine neue induktionsplatte magic moment joo i think es steht ja kein topf drauf gibt mal einen topf muss ein topf drauf sein bei induktion bin der meinung ja okay unser größter topf passt nicht auf die kleinste platte ok was heißt das jetzt neues geräusch aha ja 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 genau platte auswählen ja wir brauchen wasser ich muss eh Nudeln kochen wasser 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 e4 kochfeld bleibt aktuell erstmal aus wir haben gerade mal den wechselrichter unten gemessen der hat aktuell ungefähr 192 volt spannung anstatt 230 deswegen sagt das kochfeld natürlich das ist mir zu wenig spannung da muss ich morgen noch mal auf die suche gehen wir haben ja glücklicherweise viel zeit diesmal ist alles ganz entspannt und genau deswegen gucken wir da morgen auf entspannt in diesem sinne wir melden uns vielleicht später noch mal der hundi schläft mittlerweile richtig schön haben eine kleine kerze hier an ja weiß ich auch rum wühlen und wir machen uns entspannen jetzt wird hier noch mal bisschen was gegessen ja gekocht wir gehen da jetzt aber auch gleich pennen wir sind schon knallemüde reicht dann irgendwann auch und morgen geht es weiter morgen geht es weiter hoffentlich schaffen wir es morgen früh zu angeln